Cheers, Freunde. Ich hab mich gefragt. Ist Social Media peinlich? I kill wherever me. I'm sorry. Sag mal, wie geht's eigentlich Keanu und Nona? Alles klar. Ich hätte jetzt echt Bock auf einen Energy Drink. Ich werde dieses Red Bull niemals trinken. Okay, ich muss jetzt auch mal was dazu sagen. Es haben sich nämlich viele darüber aufgeregt, dass ich das Red Bull dann doch getrunken habe. Und für die Aussage an sich möchte ich mich erst mal entschuldigen, weil es haben sich wirklich sehr viele darüber aufgeregt. Ich hab sogar bei dem Video die Kommentare deaktiviert. Aber ich wollte sagen, dass ich das Red Bull natürlich nicht weggeschmissen habe. Die Flasche ist leer, aber sie sieht doch genau gleich aus. Danke auf jeden Fall Jules Boring Life, dass dieses Problem jetzt geklärt wurde. Endlich kann ich wieder beruhigt schlafen. Und Werbung. Ich kann einfach nie wieder stehen. Hier, probier mal. So lecker. Ich glaub, ich geh nie wieder zu Burger King. Ich hab grad den Filter entdeckt. Mal schauen, ob wir das schaffen hier oben. 7.400 Likes. 9.400 Teilungen. Und Leute, schaffen wir das? Es ist mir scheißegal. Ich mach so oder so weiter. Und wenn's mit TikTok genauso weitergeht, dann sind wir...